Wir haben gewonnen. Wir haben am 22. Mai rund 30.000 Stimmen Vorsprung gehabt und wir haben am 4. Dezember rund 300.000 Stimmen Vorsprung. Ich sage auch, dass man in mir einen schlafenden Bären geweckt hat. Lieber Heinz Christian, du hast einen sehr prominenten Wahlhelfer gewonnen. Und ich glaube, dass die derzeitigen Regierungsparteien nach der nächsten Nationalratswahl damit keine große Freude haben werden, dass jemand, der nahezu die Hälfte der Wählerstimmen in Österreich erreicht hat, jetzt ein Wahlhelfer geworden ist. Und ich sage auch, dass die Hälfte der Wählerstimmen in Österreich auf die Hälfte der Wählerstimmen in Österreich